Hallihallo, Hallöchen, liebe Rambazamba, die Frau, Freunde, herzlich willkommen bei uns im Video-Deal. Video-Aktions-Deal Rambazamba, das Original. Wir haben heute einen Ganzjahresartikel am Start, eine Heißluftfritteuse. Clever Spahn von der Firma Gommi Max, 4,5 Liter. Wir teilen mal mit allem drum und dran. 4,5 Liter ist bei einer Heißluftfritteuse riesig, dass ihr mal seht. Da passt richtig was rein, da kannst du einen Doppel reinmachen, das volle Bekommen, halbes Wildschwein. Wenn du Hunger hast und ein Ganzjahresartikel deswegen, eine Heißluftfritteuse ist ja mittlerweile nicht nur mehr eine Fritteuse. Du kannst backen, frittieren, auftauen, dünsten, garen. Da kannst du unendliche Möglichkeiten. Jeder, der so ein Teil schon mal hatte, der weiß, was das für ein tolles Teil ist. Und natürlich auch frittieren, Chicken Wings, Pommes, das volle Brett. Du kannst da drin wirklich alles machen und online findest du ganz, ganz viele Rezepte, hunderte, die du da und Tipps, was man damit alles machen kann. Wir haben das Teil, normalerweise 69,99, das Original von Gommi Max. Wir hauen das raus, sollen wir mal zeigen, riesig, Teflon beschichtet, leicht zu reinigen. Und im Deal, wir machen 37,37 Euro. Müller schon hat gerade gefragt, 37,37, was ist das für ein Preis? Ich sage, ist mir gerade so eingefallen. 37,37 ist ein Wahnsinnspreis. Und obendrauf gibt es das Ganze noch bei uns von Bonduelle. Bonduelle ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Vielleicht kennt noch jemand diese Werbung. Wir haben jede Menge Sorten Bohnen. Die gibt es einfach mal dazu. Da machen wir mal acht Dosen dazu. Sind das acht? Acht Dosen, acht Dosen Bohnen gibt es dabei, ich lasse die hier mal stehen. Verschiedene Sorten. Das sind alleine um die sieben Euro. Und das ist der Versandkosten-Schmerz-Linderungs-Beitrag. Dafür sind wir ja weltbekannt, sozusagen. Die gibt es einfach mit dabei, das Ganze im Versandkarton. Und ab zu euch nach Hause mit zwei oder gar drei Jahren Garantie. Ich weiß jetzt nicht genau. Also simple, easy und Abfahrt. Heißluft-Fritteuse. Viel Spaß und cool bleiben. Tschö.